Was tun bei Vitamin-D-Mangel? Kaum ein Vitamin hat uns Menschen in den letzten Jahrzehnten so sehr beschäftigt wie dieses. Vitamin D. Vielleicht hast du auch schon von einem Vitamin-D-Mangel gehört. Ja, vielleicht hast du sogar einen Mangel an Vitamin D. Aber was genau ist Vitamin D? Wofür brauchen wir es? Und wie kannst du einen Vitamin-D-Mangel richtig beheben? Willst du es wissen? Dann schau weiter. Ich bin Claire und erklär es dir. Was ist Vitamin D eigentlich? Wusstest du, dass der fettlösliche Stoff eigentlich gar kein Vitamin, sondern ein Hormon ist? Hormone sind körpereigene Signalstoffe, die wichtig für die Kommunikation zwischen deinen Zellen und für den Stoffwechsel sind. Vitamin D kann von deinem Körper mithilfe der Sonnenstrahlung gebildet werden. Wie wirkt Vitamin D? Sicher weißt du, dass Vitamin D wichtig für den Knochenhaushalt ist. Es hat aber noch viel mehr Funktionen. Die Unterstützung der Muskulatur, die Regulierung des Zellwachstums, die Steuerung des Immunsystems oder auch die Beteiligung am Energiestoffwechsel. All das sind Funktionen des Sonnenvitamins. Ein Mangel kann also durchaus gravierende Folgen haben. Wie erkennst du einen Vitamin D-Mangel? Die ersten Symptome eines Vitamin D-Mangels unterscheiden sich oftmals nicht von anderen Mangelerscheinungen. Müdigkeit, Erschöpfung, Infektanfälligkeit und sogar Gewichtszunahme gehören zu den Symptomen. Auch Haarausfall, Hautprobleme und Osteoporose können durch einen Mangel an Vitamin D bedingt sein. Letztendlich erkennst du einen Mangel also an den Blutwerten, die im Labor bestimmt werden. Oftmals wird beim Arzt nur ein Wert, der 25-OH-Vitamin-D-Wert bestimmt. Tatsächlich gibt es aber zwei Werte, die für die Diagnose wichtig sind. Sie werden ins Verhältnis gesetzt und bilden damit die Vitamin D-Ratio. Was ist die Vitamin D-Ratio? Die Vitamin D-Ratio ist das Verhältnis von inaktivem 25-OH-Vitamin-D zu aktivem 1,25-OH-Vitamin-D. Bei vielen Personen ist das inaktive Vitamin D erniedrigt, während das aktive Vitamin D sogar erhöht ist. Es liegt also eigentlich kein Mangel, sondern eine Verschiebung des Verhältnisses vor. Diese Verschiebung gilt es dann zu korrigieren. Vitamin D-Mangel richtig beheben. Wie geht's? Liegt ein Mangel mit einer Vitamin D-Ratio unter 1 vor? Kannst du Vitamin D etwas höher dosieren und den Mangel so ausgleichen? Bei einer erhöhten Ratio liegen möglicherweise Entzündungen vor. Details, warum das so ist, kannst du in meinem Artikel dazu nachlesen. In jedem Fall ist es wichtig, auf die Versorgung mit den Kofaktoren Vitamin K2, Vitamin A, Calcium, Bohr und Magnesium zu achten. All diese Stoffe spielen eine Rolle im Vitamin D-Stoffwechsel. Bei einer erhöhten Ratio solltest du auch darauf achten, zusätzlich Vitamin D-bindende Proteine zu nehmen, um die verstärkte Umwandlung in die aktive Form zu verhindern. Denn diese ist ja erhöht. Das klingt alles zu kompliziert? Eigentlich ist das das gar nicht. In meinem Artikel kannst du alles noch ausführlicher nachlesen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg zur optimalen Vitamin D-Versorgung.